David Henry und Selena Gomez planen eine Rückkehr als Geschwisterduo. Fans von Die Zauberer vom Waverly Place können sich auf eine Fortsetzung freuen. In einem Interview mit People spricht David über ihre langjährige Freundschaft. Trotz all ihrer großen Erfolge sind wir echt zueinander geblieben, sagt der 35-Jährige. Ihre Verbindung besteht schon seit ihren Anfängen vor dem großen Ruhm. Die beiden lernten sich 2007 am Set der Serie kennen und spielten dort Geschwister. Nun wollen sie als Produzenten die Serie mit Wizards Beyond Waverly Place fortsetzen. Die Idee entstand während gemeinsamer Treffen mit Davids Frau. Selena und ich trafen uns oft, tranken ein Glas Wein und erinnerten uns an die Zauberer, erzählt er. Irgendwann dachten wir, warum führen wir dieses Gespräch nicht vor Disney ohne den Wein und sehen, was passiert. Selena Gomez ist heute nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als erfolgreiche Sängerin bekannt. David Henry hat sich in den vergangenen Jahren auch als Regisseur einen Namen gemacht. Ihre Freundschaft hat sich über die Jahre vertieft und Selena ist eine enge Freundin von Davids Familie geworden. Gemeinsame Erinnerungen an die Zeit am Set inspirierten sie, das Projekt wiederzubeleben. In der neuen Serie kehrt Selena als Alex Russo zurück, während David erneut Justin Russo spielt. Die Fans können sich also auf ein Wiedersehen mit dem magischen Geschwisterpaar freuen. Genauere Details zur Fortsetzung sind noch nicht bekannt. Doch die Vorfreude auf Wizards Beyond Waverly Place ist groß. Begriffe auf ZY 400